Hallo und herzlich willkommen zur neuen Aufnahme von Weiß ich nicht wie das Spiel heißt, Raffael hat es mir einfach so... Hier, SCP. Raffael hat mir das einfach so gezeigt und ich hab gar keine Ahnung was ich machen soll. Schau mal wie es weitergeht. Ähm. Okay. Hehehe. Alter. Okay. Zwei. Okay. Alter, Alter. Warte, warte. Was war hier? Okay. Nichts besonderes. Dritte. Wahrscheinlich drittes Untergeschoss oder so. Vierzehnter Geschoss, okay. Es bleibt spannend. Ich will da nicht rein. Geh wieder rein. Da ist. Hä? Okay. Alter, diese Musik, die macht mich nervös. Ich weiß, ob es sechs Untergeschosse gibt. Niemals möglich. Südas will ich nie dritteschort. Ich schieß es an den Geschoss. Vor allem in den Geschossen ist nichts, wird so geil. Das ist... Das war ein Geräusch. Ok. Es ist mir überhaupt nicht Geheuer hier. Kann man wieder nach oben? Okay, es wird düsterer. Juhu, wieder ein Raum. Achso, hier ist eh nichts. Ich dachte, es gibt es heute. Okay. Also ich muss sagen, es ist das spannendste Geheuer, das ich jemals gesehen habe. Was? Achso, zehn, ich habe eins gedacht. Was war das für ein Geräusch? Jetzt geht es wieder runter, ja. Kennen wir schon alles. Elf. Weiteres Geräusch, okay. Also bisher ist alles gleich, bis auf die Zahlen. Aber jeder Gang schockiert mich ein bisschen mehr. Also, mein Herz pumpt immer schneller und schneller. Dreizehnter Stock. Was kann das bedeuten? Freitag der Dreizehnte. Ich glaube, hier ist das Ende. Ja, es geht jemand. Es geht jemand. Es stampft jemand. Und vierzehn, okay. Fünfzehn. Wieder irgendein Mechanismus. Und ich gehe einfach so, nichts wissend dran vorbei. Hier. Okay. Oh, ich gehe zurück. Es kommt wieder, oder wie? Nein. Okay. Rafa hat sich auch erschreckt. Ich bin nur zusammengezuckt. Alter. Okay, okay. Eigentlich hat mich das nicht mal erschreckt. Eigentlich hat mich nur Rafa erschreckt. Achtzehn. Eigentlich ist das über meine Gehaltsklasse. Aber okay. Alter. Mann. So lange kann ich nicht mehr schlafen. Das ist nicht mehr so gefährlich, wenn das nicht mal bestätigt wird. 20. 20. Ja, da könntest du noch langweiliger machen. Ich meine, die hätten wenigstens andere Baumaterial verwenden können. So. 21. 21. 22. Ah, da können wir ein Schäfchen zählen. Hallo. Entände, meine Musik. Ich gehe nach Hause. 我是 gerne 루� too. Ich gehe nach oben.